Ähm, ich, äh, war gerade in People Playgrounds, weil ich kenne das Spiel, und dann habe ich zuerst so ein komisches Feld, äh, ich glaube es aber gestern ja, gesehen, einfach auf der Map, und jetzt gerade, war ich einfach auf der Map, äh, und dann hat er vor allem alles geleckt, wurde alles schwarz, und dann wurde ich einfach, äh, in eine andere Welt teleportiert, ich habe keine Ahnung, was das so bedeutet hat, auf jeden Fall sehr interessant.